Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video, bzw. auch einem neuen Giveaway. Ja, wir starten das neue Jahr direkt mit einem Giveaway. Von Tigros hat sich ja gemeldet und gefragt, ob ich Interesse hätte, ein paar Produkte zu verschenken. Natürlich sage ich da nicht nein. Und zwar haben wir hier ein etwas größeres Paket sogar direkt. Wir waren so freundlich, haben viele Produkte geschickt. Zum einen haben wir hier solche Handyhalter. Der Handyhalter, das ist übrigens auch schon eine verstärkte Variante. Ich hatte hier damals die Version 1 im Review gehabt, das ist jetzt die Version 2. Diese wurde ein bisschen verbessert, dass man das besser hinzuklappen kann. Das Design von mir ein bisschen verändert, dass das Handy besser reinpasst. Aber prinzipiell die Funktion ist die gleiche. Davon habe ich hier einige bekommen, wie ihr sehen könnt. Und es gibt auch wieder ein paar Helme. Ich habe jetzt hier nur einen drauf. Ich kann euch gleich mal die Paketecke zeigen. Ich habe nämlich davon insgesamt 5 Stück. Also 5 Helme und 5 mal die Handyhalterung. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir auch ein Paket draus machen. Also ihr könnt dann jeweils einen Helm und eine Handyhalterung zusammen gewinnen. Beim Helm, die sind alle in der Farbe Spaß. Ihr habt auch hier wieder Polsterung direkt mit dabei. Und wir haben auch hier sofort einen Helmbezug in Schwarz dabei. So wie auch ein paar Montagros Patches. Mit der Aktion möchte Montagros gerne ihren neuen YouTube-Kanal ein bisschen pushen. Und zwar ist das hier 1TG Tactical. So sieht der aus. Ist auch in der Beschreibung verlinkt. Da wäre es super, wenn ihr den einmal abonnieren könntet. Das sind die Bedingungen von Montagros gewesen für das Giveaway. Sie möchten gerne den Kanal pushen. Deswegen würden Sie sich freuen, wenn Sie hier ein paar mehr Abonnenten dazu bekommen. Das heißt, um an dem Giveaway teilzunehmen, schreibt mir einfach eine E-Mail an. Die E-Mail-Adresse hier, wie beim letzten Mal hat ja gut funktioniert. Deswegen machen wir es wieder so. Da müsst ihr einmal einen Screenshot machen, wie ihr den Kanal abonniert habt von Montagros. Das ist die Bedingung für das Giveaway von der Montagros Seite aus. Und meine Bedingung ist, dass ihr auch einen Screenshot dazu schickt, wie ihr meinem Kanal folgt. Also sprich, den Kanal abonniert habt. Denn das Giveaway ist natürlich nur für meine Zuschauer und jetzt nicht für alle aus der ganzen Welt. Deswegen einfach Screenshot von Montagros abonniert, QR-Soft abonniert, Screenshot reinschicken und dann als E-Mail an mich. Die Adresse findet ihr nochmal unten in der Bibel schreibt und könnt ihr einfach rauskopieren. Ihr müsst keinen Text schreiben, also das ist vollkommen egal. Aber die Auswahl erfolgt nicht per Zufall. Das geht ja beim E-Mail-Postfach nicht. Das ist schon eine selektive Auswahl von mir. Das heißt, gebt euch da ruhig ein bisschen Mühe, schreibt vielleicht, wofür ihr das Produkt gerne benutzen möchtet. Vielleicht wollt ihr es ja auch weiter verschenken beispielsweise. Und dann suche ich mir da die besten fünf raus und die bekommen das Produkt. Ist das gleiche wie beim letzten Mal. Das Giveaway läuft bis Ende Januar bzw. Anfang Februar. Ihr könnt bis zum 1. Februar E-Mail schicken. Und ab dem 2. Februar würde ich dann die Gewinner langsam anfangen zu kontaktieren. Kann auch sein, dass es erst am 3. bis 4. Februar der Fall ist. Wenn alle Gewinner kontaktiert sind und alles geklappt hat, kommt nochmal ein Community-Post mit dem Hinweis. Achtung, Giveaway ist jetzt vorbei. Den Community-Post seht ihr, wenn ihr den Kanal abonniert habt und auch die Glocke aktiv habt, dann ist es immer bei euch im Feed. Alternativ könnt ihr ab und zu mal auf diesem Community-Tag vorbeischauen bei Quersoft. Ich schreibe da jetzt nicht so viele Beiträge, also wahrscheinlich sogar so dann der nächste. Wird sein. Dann wisst ihr auch, okay, Giveaway ist jetzt vorbei. Ich habe keine E-Mail bekommen. Leider nicht gewonnen. Oder aber ihr habt dann eine E-Mail vorher bekommen. So läuft das dann. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich drücke euch die Daumen. Viel Glück, viel Erfolg. Und haut in die Tast. Ich freue mich auf eure E-Mails. Ja, bis zum nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Mal.